Die Sendung ist total geil, spannend, schnell. Ich bin Mizuki Oikawa. Ich heiße Kilian Ort. Ich bin Benze Majoros. Ich bin Philipp Selko. Mein Name ist Koji Itagaki. Ich bin der Head Coach dieser Klub. Mein Favorit im Königshof ist vielleicht die Leute. Alle Leute sind so nett für mich, für meine Kinder, für meine Familie und für unser Tennis. Und die Atmosphäre hier in Königshofen ist bombig. Ich bin Spieler beim TSV Bad Königshofen. Ich mag die Atmosphäre in Chekansalina. Und wenn es dann irgendwie spitz auf den Knopf steht, dann ist die Stimmung natürlich sagenhaft hier. Ich bin Spieler beim TSV Bad Königshofen. Unser letztes Spiel gegen Borussia gab es uns viel Selbstvertrauen. Weil es uns gezeigt hat, dass wir gegen jeden Team in der Liga spielen können. Ich bin fast bei jedem Auswärtsspiel dabei. Und ich gucke sehr gerne Tischtennis. Und ich liebe diesen Verein. Ich bin Spieler beim TSV Bad Königshofen. An Königshofen und der Region gefällt mir am besten die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit der Leute. Und dass wir alle füreinander einstehen. Das Ziel in dieser Saison für den Verein ist erneuter Klassenerhalt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir sind sogar die jüngste Mannschaft in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass wir dann im Laufe der Saison noch die eine oder andere starke Mannschaft schlagen können. Hier ist die jüngste Bundesliga-Tischstädte Mannschaft Deutschland. Die beste Mannschaft in Bayern. Stehen wir auf für unser Team. Hier ist unser BFV. Und für Bad Königshofen wird einen immer nachgekommen. Kielian! 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 Mensch, das war Anfang der 90er Jahre. Und seitdem existiert diese Freundschaft. Wir haben also die Königshofer begleitet von der ersten Bezirksliga über alle Stationen bis eben jetzt zur Bundesliga. Wir haben also auch den Werdegang von Kielian Ott ganz interessiert mitverfolgt. Und sind natürlich glühende Fans. Das ist auch so schön, die Jungs zu sehen und die Zusammengehörigkeit zu spüren. Diese Atmosphäre und die Fans, die Supporter, ich denke, ist unglaublich. Wir sind nur 5.000 Leute in der Stadt. Aber 1.200 Leute kommen in der Halle. Das ist unglaublich gut. Diese Bundesliga ist ein sehr hoher Level in der Top of the World. Ich kann sagen, dass ich 100 Prozent gewinnen kann. Ich bin immer 50-50. Das ist sehr nah. Wenn wir eine gute Chance haben oder eine gute Kampf haben, dann kann ich das Team gewinnen. Aber wir haben ein wenig weniger. Wir verlieren. Aber jeder Spiel ist sehr nah. Wir haben auch das nächste Spiel. Aber wir wollen jeden Spiel gewinnen. Das ist ein Ziel. Das strahlt natürlich aus. Ein solcher Erfolg von den Leuten, die das hier aufgebaut haben. Riesige Hochachtung. Was hier geleistet worden ist, das ist einmalig. Die Stimmung und Atmosphäre in der Halle kann ich sagen, dass sie wohl einzigartig ist in der deutschen Tischtennis Bundesliga. Aber auch sehr fair sind zu den Gästen, so zu einer fairen Atmosphäre in der Halle beitragen. Vielen Dank für die Supportoren, die Spektäter und die Supportoren. Alles perfekt machen. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für die unglaubliche Unterstützung. Ich würde gerne alle von euch begrüßen. Die Fans, die Helpers, die Sponsoren. Without euch, das könnte es nicht möglich sein. Vielen Dank für die Unterstützung unserer Klub unterstützen. Ich freue mich, dass alle Menschen die Kindheit helfen. Ja, vielen Dank. Ich möchte sehr vielen Dank für die Fans. Viele Fans kommen in der Cheikh Anzalina, um uns mehr Kraft zu geben. Vielen Dank. Das Miteinander hier ist ganz hervorragend. Wir sind glühende Anhänger. Ein herzliches Vergelt, Scott, an alle Fans und an alle Partner des TSV. Ohne euch wäre Bundesliga in Bad Königshofen das möglich. Vielen Dank.